Der Staat Israel wird 75. Dass Juden nach der beispiellosen Verfolgung und Vernichtung durch die Nationalsozialisten eine sichere Heimstätte in einem eigenen Staat errungen und verteidigt haben, ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Wir wollen heute anlässlich des Geburtstags Israels auf die junge Geschichte des Staates Israel schauen. Auf eine Geschichte der Selbstbehauptung in permanenter Bedrohung, eine Geschichte der wirtschaftlichen Prosperität, eine Geschichte der gesellschaftlichen Liberalität, aber auch gesellschaftlichen Ringens umgeschlossenheit. Bis heute besteht diese Bedrohung von außen, aber hinzu kommt jetzt der Streit um die Justizpläne der Regierung, die Hunderttausende auf die Straße treibt. Besonderes Augenmerk wollen wir heute auf die deutsch-israelischen Beziehungen legen, die eben immer ganz besonders waren und sind. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei einem neuen Forum Demokratie. Und ich begrüße sehr herzlich den Botschafter des Staates Israels hier in Deutschland, Ron Proser. Herzlich willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Michael Wolfssohn, Historiker, Autor, Publizist, geboren in Tel Aviv, aufgewachsen in Deutschland, bei der israelischen Armee gedient und wieder zurück nach Deutschland gekommen. Herzlich willkommen an Sie. Danke. Herr Botschafter, Israel feiert seinen 75. Geburtstag, einen runden Geburtstag, wie man so schön sagt. Ist das Gelegenheit, wo Israel nochmal ganz bewusst in die eigene Geschichte auch zurückblickt? Natürlich, wie immer. Das ist der Grundein Geburtstags. Aber wenn wir wirklich jetzt 75 Jahre seit der Gründung des Staates Israels, bin ich wirklich, wirklich stolz darauf, was wir wirklich geschafft haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber wir wirklich den wissenschaftlichen Beweis dafür haben, dass Moses kein großer Navigator war. Er hat ihm 40 Jahre Zeit genommen, das jüdische Volk aus Ägypten rauszunehmen. Gott hat uns das Land von Milch und Honig versprochen. Wir sind da hingekommen, kein Milch, kein Honig, kein Öl, kein Wasser. Dann müssen wir eigentlich vom Hals aufwärts arbeiten. Und es war nicht leicht. Das heißt, Gründung des Staates Israel. 1948, natürlich an der Minute, als Ben-Gurion, unser Staat, ausgerufen hat, haben alle Nachbarn natürlich Krieg gegen Israel. Und wir sind auch noch 75 Jahre danach in einem permanenten Stresstest. Das heißt, und das wissen Sie, als wir hier sprechen, müssen wir noch unseren Staat tagtäglich verteidigen. Aber in dieser Hinsicht ist es wirklich ein Wunder, was wir in 75 Jahren geschafft haben, auf allen Bereichen. Sei es Medizin, Forschung, Technologie und natürlich im Bereich Verteidigung. Helfen solche Gedenktage, solche Feierlichkeiten, helfen die ein Stück weit zur Identitätsfindung und rücken die Menschen an solchen Tagen näher zusammen? Eine hervorragende Frage, weil die Tatsache, dass wir jetzt einen Staat haben, das jüdische Volk, ist etwas, das wir nicht als selbstverständlich ansehen können. Wir müssen daran arbeiten, Tag und Nacht. Und diejenigen, die es vergessen manchmal und denken, dass sie irgendwo hier in Europa leben, finden sehr, sehr schnell, dass unsere Nachbarschaft nicht gerade Lichtenstein, Luxemburg oder San Marino ist. Und diese, glaube ich, diese Identität und die Tatsache, dass wir von außen bedroht sind, hilft uns wirklich eine klare Meinung und zu verstehen, dass wir für unsere demokratischen Werte und für unser Leben also echt, echt darauf kämpfen müssen, tagtäglich. Herr Wolfson, wir schauen ein wenig in die Geschichte. Gerade eben hat der Botschafter es schon angesprochen. Am 14. Mai 1948 hat Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung für den modernen Staat Israel ausgerufen. Das Ganze beruhte auch auf der Idee des Zionismus. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, schrieb Theodor Herzl 1897 nach dem ersten Zionistenkongress in Basel und meinte genau diesen Traum von einer Heimstätte für das jüdische Volk. Wo liegen aus Ihrer Sicht des Historikers denn die Wurzeln des modernen Israels? Die Wurzeln des modernen Israels reichen weit zurück. 2000 Jahre christlich-jüdische Geschichte und knapp 1300 Jahre islamischer Geschichte. Und der Zionismus ist ja nicht die Antwort gewesen auf den Holocaust, den sechsmillionenfachen Judenmord, sondern Sie erwähnten eben diese Jahreszahl 1897, erster Zionistenkongress in Basel. Das heißt also, der Antisemitismus hatte eine lange Vorgeschichte. Und diese kulminierte im späten 19. Jahrhundert, im Jahrhundert der Nationalismen. Und da war aufgrund der jüdischen Situation noch einmal seit 2000 Jahren christliche Welt, also Okzident, 1300 Jahre islamische Welt, Orient, einfach höchste Zeit. Und im Zeitalter der Nationalismen war das die Idee, die die einzige vernünftige und auch realistische Antwort auf diese Leidensgeschichte gewesen ist. Wenn man den Zionismus sich betrachtet, wie würden Sie ihn bewerten? Ist das eine Befreiungsbewegung gewesen oder wie würden Sie... Ein deutliches Fall, also einfach Common Sense. Ich würde da gar nicht die üblichen Begriffe bringen, sondern es war zunächst einmal eine kleinbürgerlich oder auch teilweise bildungsbürgerlich geschaffene Organisation, die als Antwort auf die eben geschilderte Situation von Hunderten von Jahren eine Antwort gegeben hat. Und die einzig vernünftige, also eine Befreiungsbewegung, da war ja noch nichts zu befreien, sondern Befreien von den Fesseln der Geschichte. Und was kennzeichnete die jüdische Situation ganz allgemein seit 2000 Jahren? Die Existenz auf Widerruf. Und dieser Widerruf konnte jederzeit kommen. Das heißt, dass die Juden, egal wo sie lebten, nicht Subjekt ihrer Geschichte und nicht Subjekt ihrer Geschicke waren, sondern Objekt. Und das änderte sich zunächst einmal vom Programm her mit dem Zionismus und dann mit der Gründung des jüdischen Staates. Das ist das absolute Novum. Und der Herr Botschafter hat das ja eben auch geschildert. Diplomatischer als ich. Es gibt nicht nur Jubel auch an Israel, sondern viele, die dann sagen, naja, das haben wir nicht geschafft. Dann gibt es auch die Auslandskorrespondenten, die Bösen, die das sagen. Das ist hier nicht in Ordnung, das ist alles nicht in Ordnung. Kann sein. Aber verglichen mit all dem, was seit 2000 beziehungsweise 1300 Jahren war, ist das das Paradies auf Erden für Juden. Herr Botschafter, Israels Gründung, wir kommen nochmal zurück auf das Jahr 1948, geht ja zurück auf einen Beschluss der Vereinten Nationen von 1947, den Teilungsplan des UN-Mandatsgebietes Palästina. Kann man sagen, dass Ben-Gurion das umgesetzt hat, was die Staatengemeinschaft damals wirklich gemeinsam beschlossen hat? Die Antwort ist ja, aber ich möchte noch ein Wort sagen. Also Zionismus in dieser Hinsicht ist die Sehnsucht, glaube ich, des jüdischen Volkes, wieder zurück zu Zion, was eigentlich Jerusalem heißt. Das heißt, die Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts war eine politische Bewegung, wie immer bei uns, große Diskussionen. Die wenigen wollten wirklich dahin gehen, alle anderen haben erzählt, warum das nicht eine gute Idee ist. Und jetzt wieder zurück zur Gründung des Staates Israel. Also damals war es klar, die Teilung war zu einem jüdischen Staat und einem arabischen Staat. Wir haben ja gesagt, obwohl, mein Gott, das war nicht gerade, was wir wollten. Aber wir haben gesagt, ja, wir haben eine Gelegenheit, letztendlich einen jüdischen Staat zu gründen. Dann sagen wir ja. Und übrigens, wenn man die Grenzen mal sieht, an diesem Entschluss 181, die Teilung war ziemlich klar, wir haben ja gesagt. Die Araber haben natürlich auch in diesen Grenzen Nein gesagt und haben angefangen. Also Krieg auf alle Grenzen des kleinen Staates Israel, wo wirklich fast 600.000 aus aller Welt Holocaust-Überlebende, das war ein Krieg, das viele außerhalb Israel nicht gedacht haben, dass wir es überleben werden. Und auch viele, wenn ich ergänzen darf, auch viele in Israel nicht, denn es war tatsächlich David gegen Goliath, wenngleich dieser David, ähnlich wie in der biblischen Geschichte, sich zu wehren wusste. Ich will noch etwas vielleicht detailliert ergänzen. Der Teilungsbeschluss in der UNO erfolgte am 29. November 1947. Einen Tag später, am 30. November 1947, beginnt ein Bürgerkrieg. Das heißt, der Bürgerkrieg der palästinensischen Gruppierungen gegen das zionistische Programm und die Teilung vom britischen Mandatsgebiet. Und jetzt gerade für unsere deutschen Zuschauer, wer einen Krieg beginnt, und das hat Deutschland nach 1945 als Lektion gelernt, diesen Krieg beginnt und auch verliert, muss damit rechnen, dass man Land verliert und dass auch die eigene Bevölkerung Flucht und Vertreibung ausgesetzt wird. Deutsche wissen davon, ein Lied zu singen nach 1945. Und in der gegenwärtigen Diskussion, nein, seit Jahrzehnten, wird dieser Aspekt in Deutschland, aber auch woanders, vollkommen übersehen. Doch mal ganz kurz auch zu dem Ausrufen des israelischen Staates. Wie gesagt, die arabische Seite hat diesen Plan nicht angenommen, die die UN vorgestellt hat. Kann man sagen, das ist der Ursprung des Nahostkonflikts? Das ist wieder eine Frage der Definition und da möchte ich hier keine akademischen Glasperlenspiele machen. Aber die Invasion der arabischen Staaten war keine Aktion zugunsten der Palästinenser. Das kann man auch vom Ergebnis her ganz eindeutig belegen. In Jordanien, das ja schwankte, ob es überhaupt gegen den neuen Staat Israel zu Felde ziehen sollte. Der damalige König hatte vor und das hat er auch dann verwirklicht, das Westjordanland zu annektieren. Denn das sollte ja palästinensisches Gebiet werden. Und es blieb ja nicht jüdisch. Also das heißt, Jordanien hätte damals, wenn es tatsächlich für die Palästinenser interveniert hätte, das Westjordanland den Palästinensern übergeben können. Einschließlich Ost-Jerusalem. Ägypten hat sich sehr gerne den Gazastreifen genommen, aber stand natürlich nur unter ägyptischer Verwaltung, wie es völkerrechtlich hieß. Und Syrien hat auch gedacht, dass man den fruchtbaren Norden Israels, Galiläa, okkupieren könnte. Also kurzum, das, was gesagt worden ist, wir Araber kommen zu Hilfe für unsere palästinensischen Brüder. Das ist eine Legende, die mit der Geschichte nichts zu tun hat. Wir haben es gerade schon gehört, das kleine Israel wurde sozusagen Tage nach der Verkündung des Staates auch von allen Seiten angegriffen. Israel hat sich verteidigt und auch gewonnen. Woher, glauben Sie, kam die Kraft dieses kleinen Israels, dieses zu gewinnen? Denn eigentlich hat da ja keiner mit gerechnet, dass Israel tatsächlich als Gewinner aus diesem Krieg genommen hat. Kurz gefasst, wir haben keine andere Alternative. Kurz gefasst, das ist wirklich unser Land. Und auch kurz gefasst, die Araber damals, und die Frage ist natürlich, ob es auch heute stimmt, wollen keinen jüdischen Staat überhaupt. Das heißt, und die Tatsache, dass wir in Vasidharel-Islam oder Haus des Islams da sind, für sie ist es natürlich etwas, dass sie nicht nur nicht einverstanden sind, aber sie wollen uns wirklich, und sie haben das auch in der Vergangenheit gesagt, heute, wenn ich das wiederhole, klingt das ein bisschen problematisch, aber die Juden ins Meer werfen. Und, weil wir nicht gute Schwimmer alle sind, und manchmal ist es nicht so warm da im Mittelmeer, haben wir geglaubt, dass das nicht eine gute Idee ist. Aber ich glaube, dass wirklich die Tatsache, dass wir, das ist das einzige jüdisches Land. Hat es auch damit zu tun, dass man aus dem Nationalsozialismus nicht zuletzt die Lehre gezogen hat, nie wieder Opfer sein? Danke. Ich glaube, das ist die Schlussfolgerung. Deutschland kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, mit Recht, Krieg, auf keinen Fall, niemals, und es wird also keinen Grund geben, also Krieg nie wieder, unter keinem Umstand. Israel oder Juden kommen aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem klaren Narrativ, nie wieder werden wir uns für unsere Verteidigung, jemals uns auf anderen, also, dass wir das auf anderen unterstellt werden. Und das ist ein sehr starker Narrativ. Das heißt, wir werden uns alleine bei uns selber verteidigen. Und diese Sache, dass wir nur uns selber haben, für unser Schicksal, damit wir wirklich unser eigenes Schicksal in unseren Handen halten, ist unheimlich stark in Israel. Und ich glaube, dass das auch eine Gesellschaft prägt, die versteht. Und da muss man also nicht viel erklären in Israel. Also, wenn man in Israel lebt und unsere Nachbarschaft sieht, ist es klar, warum man wirklich zwei Jahre für Frauen, drei Jahre für Männer, Pflicht zur Armee muss. Und die Anzahl derjenigen, die nicht zu einer Armee gehen, ist sehr gering in Israel, weil es klar ist, was wir zu tun haben. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir erleben das gleiche Phänomen, natürlich unter völlig unterschiedlichen Umständen, jetzt in der Ukraine. Da hat ja auch zunächst einmal niemand daran gedacht, dass dieser, in dem Falle auch, David gegen den russischen Bären oder Goliath, umsiegen könnte. Und die Ukraine hatte am Anfang auch nicht sehr viele Waffen. Die haben ihre wenigen Waffen, die sie hatten, hochgeschickt eingesetzt. Und vor allem hatten die Soldaten, haben die Soldaten die Motivation, ihr Land zu verteidigen, weil die Alternative der Tod ist. Und wenn man diese Alternative hat, ist man, ich zitiere jetzt, ist Röschel Nitzin im ersten Kreis der Hölle, wenn du nichts zu verlieren hast, bist du frei. Aber sie hatten alles zu verlieren und waren deswegen auch frei. Wenn wir über den Geburtstag von Israel und die Freude darüber sprechen, muss man gleichzeitig auch über Nakba, die Vertreibung der arabischen Bevölkerung, denken. Inwiefern ist die Nakba im Bewusstsein der Israelis verankert? Und denkt man da auch an solchen Gedenktagen dran, an solchen Geburtstagen? Das kommt darauf an, wer. Also die israelische Gesellschaft ist eine vielschichtige Gesellschaft und in vielschichtigen Gesellschaften gibt es viele Meinungen. Aber eine der vielen Legenden, die über Israel verbreitet wird, besagt, Sie formulieren das ja freundlich, indem Sie das, was die allgemeine Legende besagt, aufgreifen, dass in Israel das Thema überhaupt nicht thematisiert worden wäre, Konjunktiv des Irrealen. Stimmt einfach nicht. Es gibt einen ganz berühmten israelischen Schriftsteller, der der Staatspartei Mappai damals angehörte. Samach Yisar heißt der. Chirbet Yisar heißt dieser Roman. Ein Roman, der sich mit dem Unabhängigkeitskrieg des Jahres 1948, 1949 beschäftigt. Und so viel Selbstkritik, moralisches Hin- und Herwenden. Jetzt habe ich getötet, ich habe auch Araber vertrieben, Soldaten, Monologe. Ist das in Ordnung? Kann ich das verantworten? Das sind ganz, ganz sensible und selbstkritische Fragen. Und wer eben behauptet, dass das nie thematisiert worden wäre, hat schlicht und ergreifend von Israel keine Ahnung. Ich könnte Ihnen zig Beispiele auch aus der frühen israelischen Literatur nennen, die sich eben genau mit diesen Fragen beschäftigt hat. Später kommt da sowieso sehr viel mehr, Aleph Bet-Yoshua und so weiter. Also die israelische Kultur mit oder ohne Schickeria jedenfalls. Die Bildungselite, Schriftsteller, Künstler sind eigentlich eher linksliberal. Und linksliberal heißt immer auch selbstkritisch. Linksliberal bis links. Und das heißt Anti-Establishment. Und zum Anti-Establishment heißt eben auch, das Narrativ des Establishment, das nur wir Recht haben, in Frage zu stellen. Das war immer ein gesellschaftlicher Dialog. Kommen wir doch mal ein bisschen auf die junge Gesellschaft in Israel, gerade bei der Gründung. Welche Gesellschaftsstruktur gab es denn da? Ich ziele da auch so ein bisschen auf die Kibbutzbewegung ab. Das war ja durchaus ein sozialistisches Gesellschaftsbild und Modell, was man da hatte, oder? Ganz klar, sozialistische Gesellschaft, Kommunen. Das heißt, der Begriff, dass jeder gibt, was er kann, und jeder nimmt, was er braucht, glaube ich. Das war die genaue. Und Kibbutzin, das war der neue Modell der Israelis. Das heißt, wir arbeiten, Boden, das Land. Und das Land gehört uns und wir versuchen dadurch, also unsere Würzeln zurück im Land Israel. Kibbutzin war auch, also in dieser Hinsicht, was Professor Wolfson sagt, also die ständige Diskussion, also sozialistische Rechte. Zum Beispiel, die Kinder waren zusammen und die Frauen gingen auf die, also, und arbeiteten draußen. Auf den Feldern. Auf die Felder. Und es war wirklich eine neue Gesellschaft. Und aus diesem Kibbutzin, glaube ich, und am Anfang des Staates Israel, wirklich, hat die Gesellschaft wirklich geprägt. Nicht viel, aber auf allen Ebenen, also in der Landwirtschaft, in der Politik, auch in vielen Schriftstellern, haben wirklich das neue Modell, ein Sabre. Ein Sabre ist ein Israeli, der in Israel geboren ist, irgendwie geprägt. Wir sind anders. Und wie gesagt, wir können nicht abhängig von jemand anders sein. Wir müssen unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen. Schauen wir noch mal ein bisschen mehr auf die Gesellschaft. Die war ja damals beim jungen Israel vor allen Dingen aschkenasisch-europäisch geprägt. Das war die Zufluchtsstätte der Juden. Das war der Schmelztiegel an dieser Stelle. Aber im Laufe der Zeit kamen ja dann auch Juden aus den arabischen Ländern dazu. Das Ganze wurde ein Migrationsort von vielen, vielen Seiten, von vielen, vielen Orten. Wie ist das gelungen, beziehungsweise wie veränderte das die Gesellschaft letztendlich? Total. Und es gab ja ganz intensive, natürlich kontroverse Diskussionen. Kontroverse Diskussionen kennzeichnen 3000 Jahre jüdischer Geschichte, nicht nur das gegenwärtige Israel. Ob man diese Juden denn überhaupt aufnehmen könne, denn die könnten ja, ich übertreibe jetzt aus den Dokumenten zitieren, kaum wenn überhaupt lesen und schreiben. Und die Gründer, die Veteranen Israels, das waren hochgebildete Leute, die plötzlich dann eben vom Schreibtisch dann auf die Felder gingen und das bekamen den Feldern und eben denjenigen, die sie bearbeitet haben, nicht besonders gut ökonomisch zunächst einmal. Man hat sich eingearbeitet. Aber das ist natürlich ein riesiges Problem. Und nicht zuletzt durch die Einwanderungswellen aus den islamischen Staaten, Nordafrikas und Westasiens, ist dann dieses gesellschaftliche und ideologische Modell nicht nur Anführungszeichen, Anführungszeichen, Anführungszeichen ethnisch durchmischt worden, um dieses furchtbare Wort zu gebrauchen, sondern auch ideologisch. Der Sozialismus, und das war ein Linkssozialismus, der Kibuzin, über die wir am Anfang sprachen und der Botschafter völlig richtig dargestellt hat, das war für Leute, die also ständig sich mit sich selbst beschäftigten und dann Kumsitz machten und ideologisch alles, was sie machten, dann auch diskutierten. Die Leute wollten Brot, sie wollten Arbeit und plötzlich kommen diese beiden Welten zusammen. Das ist ein richtiger Clash und Crash der Zivilisation gewesen. Und das zu integrieren, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe gewesen, die jetzt bilanzierend gelungen ist. Das heißt aber nicht, dass diese Spannungen nicht trotzdem vorhanden wären. Und die sind so stark vorhanden, dass sie bei den jeweiligen Wahlen im Grunde genommen auch die Landsmannschaften ziemlich klar erkennen können. Das können sie auch geografisch in Israel festmachen. Tel Aviv, also der Kern, der ja eher linksliberal ist und für die Opposition gegenwärtig stimmt, der wählt ganz anders als die Entwicklungsstädte im Süden oder im Norden des Landes. Also kurzum, Integration gelungen, aber mit riesigen Problemen, die es gab und gibt. Und natürlich den dritten großen Block, die arabische Bevölkerung, die auch moderner geworden ist, aber andererseits gleichzeitig radikal. Und dann den anderen innerjüdischen Riss, nämlich zwischen weltlichen und religiösen. Und religiös heißt nicht gleich religiös, da gibt es nationalreligiöse, da gibt es orthodox-jüdische und, 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 und. Und diese, ja, vollkommen auseinanderstrebenden oder immer auseinanderstrebenden zusammenzubringen, ist unglaublich schwer. Und im Grunde genommen ist es nur gelungen durch eine Fiktion oder ganz genauer gesagt durch die Situation. Denn die Juden wurden als Juden verfolgt, egal wo sie waren, egal ob sie religiös waren, egal welche Ideologie sie hatten. Das ist der Punkt und das ist die Gemeinsamkeit. Schauen wir doch mal auf das deutsch-israelische Verhältnis. Da wollen wir zum ersten Mal drauf schauen. Aber darf ich noch kurz ergänzen? Ja, wenn Sie noch kurz ergänzen wollen. Weil es wirklich ein Schmelztiegel war von Juden, die in Israel gelebt haben und aus arabischen Staaten, aus Westeuropa, Osteuropa. Und diese Kultur mit allem, was sie mitgebracht haben, war unheimlich erstmals problematisch und zweitens auch sehr, sehr interessant, das zusammenzubringen als Staat Israel. Und ich glaube, dass es uns wirklich gelungen ist, das zu tun. In der Vergangenheit gab es, also wir haben viele Probleme, aber eine davon war, es ist faradische Juden, aschkenazische Juden, wie wir das gehen, also in der Zukunft. Und heute haben wir dieses Problem nicht, ja, vielleicht politisch ein bisschen, aber die Kinder sind schon in Israel geboren. Und zum Beispiel meine Schwester, der Ehemann ist jemand, der in Israel geboren ist, aber die Eltern kommen aus Marokko. Das heißt, diese Sache werden wir wahrscheinlich nicht als ein Problem in 20 Jahren haben. Aber diese Schmelztiegel mit verschiedenen Kulturen, die versuchen wir auch heute irgendwie zu bewähren, damit wir, weil es interessant ist, und es macht unsere Gesellschaft auch echt lebendig, sage ich so. Kommen wir mal zurück auf das deutsch-israelische Verhältnis. 1952 gab es das Wiedergutmachungsabkommen, was Ben-Gurion und Konrad Adenauer unterschrieben haben. War das ein schmerzhafter Schritt, dieses Wiedergutmachungsabkommen? Sehr schmerzhafter Schritt, hier ist wirklich, also Ben-Gurion und Adenauer, aber ich nehme jetzt Ben-Gurion, also diese Führungskraft, Ben-Gurion, denken Sie mal nach, ein paar Jahre nach dem Holocaust, also wirklich die Hand auszustecken gegenüber Deutschland, wo auf den Straßen Israel Holocaust-Überlebenden da waren und haben gesagt, was machst du, das kann doch nicht wahr sein, also du kannst es überhaupt nicht tun. Das heißt, es kam nachher, aber die Sache, vielleicht werden wir nachher über Eichmann sprechen, aber das war zum ersten Mal, dass die israelische Bevölkerung wirklich zum ersten Mal fast 100 Überlebende zum ersten Mal gehört haben, ihr Leiden, was sie mitgemacht haben. Also damals diese Entscheidung aus Ben-Gurion zu sagen, ja, aber damit ich dieses Land, Israel, aufbauen kann, muss ich das tun und auf der anderen Seite Adenauer, der auch aus seiner Seite, ich weiß, dass viele Diskussionen hier waren, aber in Israel hat man es wirklich auf die Straßen, da gab es Ach und Krach und Schreien und also diese Diskussion war sehr, sehr heftig in Israel und die war auch peinlich und auch diejenigen, die dafür gestimmt haben, wussten, dass es wirklich eine der vielleicht, also eine der herausfordernden Entscheidungen, die in Israel getroffen worden sind, ich weiß nicht, ob Politiker heutzutage solche Entscheidungen auch treffen können, weil es war fast gegen alle Bevölkerung Teile in Israel und natürlich politisch damals war es sehr, sehr schwierig. Die deutsche Seite vielleicht, Entschuldigung, Sie wollten, darf ich? Ich wollte noch eine Nachfrasche, aber mach so ein bisschen. Okay, also das Spiegelbild dazu, Konrad Adenauer, genau wie Sie, Herr Botschafter, in Israel, das Schilder von Ben-Gurion, das Wiedergutmachungsabkommen wurde von 44 Prozent der Westdeutschen damals kategorisch abgelehnt, nur zwölf Prozent waren dafür. Konrad Adenauer wusste das und hat das durchgeboxt. Also das ist auch eine enorme Führungsleistung gewesen. Zweiter Punkt, der auch heute in den Diskussionen vollkommen schief in Deutschland wahrgenommen wird, als ob es Israel um das deutsche Geld gegangen wäre. Sie haben vollkommen zu Recht geschildert, wie stark die Opposition in Israel dagegen war und die sagten, wir nehmen doch kein Blutgeld von Deutschland, wir versilbern nicht das Blut unserer Opfer. Also das heißt, die völlig falsche Wahrnehmung auf der deutschen Seite, was Israel betrifft und bis in die Gegenwart in vielen Bereichen, diese Wahrnehmung oft falsch ist. Welche Bedeutung hatte dann Anfang der 60er Jahre, war es dann ja der Eichmann-Prozess für die Identität und für die Aufarbeitung auch ein Stück weit der Jungen in Israel? Danke, das war wirklich das erste Mal, dass alle in Israel plötzlich das gehört haben. Und sie müssen also dieses Fingerspitzengefühl haben. Alle haben entweder Fernsehen oder Radio angesehen. der Staatsanwalt, Gideon Hausner, stand da und sagte, ich bin nicht alleine hier. Ich spreche im Namen der Überlehmenden, sechs Millionen Überlehmenden, die mit mir hier stehen, in diesem Saal. Und zum ersten Mal, es war die Aufarbeitung in der Öffentlichkeit und es hat viele, viele überrascht, aber auch, glaube ich, zum ersten Mal haben wir die Sache tief diskutiert. Und Eichmann, glaube ich, war der Erste und Letzte, der in unser Gerichtssystem hingerichtet worden ist. Und es zeigt wirklich, wie schwierig diese Diskussion war. Wir geben uns immer, also wir diskutieren, es ist Teil unserer Charakter. Ich glaube, es kommt aus der Bibel, obwohl ich nicht religiös bin, ich glaube nicht, dass Professor Wolfson auch. Aber diese ständige Fragerei, warum ist es so und nicht so, und alles in die Tiefe, und jeder denkt, dass er und nur er die volle Wahrheit besitzt. Wir geben uns gegenseitige Herzinfarkte, diskutieren heftig. Ich glaube, dass dieser Prozess von Eichmann war auch ein, also wie ein Psychologe das gesagt hat, wirklich eine Aufarbeitung unserer Geschichte, unserer Vergangenheit und auch, um eine bessere Zukunft zu bauen. Herr Wolfson, wir gucken noch mal ein Jahr weiter. Da gab es die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. War das letztendlich ein logischer Schritt? Nein, das war eher ein peinlicher Zufall, weil im Herbst 1964 die heimlichen Waffenlieferungen der Amerikaner über Deutschland, sprich die Bundesrepublik, aufgedeckt worden sind. Und Adenauers Nachfolger Erhard vor einem diplomatischen Scherbenhaufen stand, wo man Hübe der Hott sagen musste, die Israelis wollten spätestens seit 1955, vor allem 1957, längst diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Dagegen stand vor allem in Deutschland das Auswärtige Amt und die deutsche Wirtschaft, die den lukrativeren arabischen Markt im Auge hatte. Warum wohl? Hat sich auch ein bisschen verändert, wie wir wissen. Und dann, 1965 war im Grunde genommen eine Sackgasse erreicht. Und obwohl Erhard Kanzler war, ist ganz eindeutig Rainer Barzel, der zu Unrecht vergessen ist, damals Fraktionsvorsitzender, später Parteivorsitzender, die Wahl gegen Willy Brandt 1972 verloren. Der hat Ludwig Erhard dann schließlich überzeugt, auch nach intensiven Gesprächen in den USA, dass man die Beziehungen aufnehmen sollte. Die USA waren übrigens gar nicht dafür. Und zwar, das wissen die wenigsten, weil der Westen in den 60er Jahren und auch 50er Jahren ganz schlecht angesehen war in der arabischen Welt. Aber die Bundesrepublik Deutschland war sehr gut angesehen. Und dreimal dürfen Sie raten, weshalb? Weil das Erbe Adolf Hitlers in der arabisch-islamischen Welt hochgehalten worden ist. Denn Hitler hat ja wenigstens der Einzige, der was gegen die Juden unternommen hat. Und davon hat, wenn Sie die Dokumente des Auswärtigen Amtes lesen, kriegen Sie Hautausschlag. Davon hat die deutsche und auch die westliche Diplomatie damals profitiert. Und daher haben die Amerikaner gesagt, nein, nein, bitte nehmt die diplomatischen Beziehungen nicht auf. Und dann haben Erhard und Barze gesagt, wir müssen jetzt. Daher kam es dazu. Ich sehe jetzt das Bild da, also die Übergabe der Beglaubigungsschreiben, also Körpersprache, Gesichtssprache. Sehen Sie Golda Meir an. Ja. Wirklich, wenn man das sieht, dann sieht man, wie schwierig es war. Das ist ein steinendes Gesicht. Also einer, der sein Beglaubigungsschreiben schon ein paar Mal übergeben hat, ein solches Bild sieht, wie schwierig das ist, zu diesem Zeitpunkt. Also ohne Worte, Körpersprache, natürlich erzählt die Geschichte selber. 1967 kam es zum Sechstagekrieg. Das war ein erneuter Angriff der arabischen Staaten gegen Israel. Im Anschluss wurden Teile Ägyptens besetzt, Syriens besetzt, Westbank und Ost-Jerusalem auch mit der Klagemauer. Welchen Stellenwert nimmt dieses Jahr im heutigen Israel ein? Ich glaube, dass das Sechstagekrieg, das war zum ersten Mal, dass Israel, wir haben an uns selber, glaube ich, bis 67 nicht geglaubt, dass es möglich ist, gegen all diese Nachbarn mit diesen Ketten gerassen und all diese tagtägliche Bedrohung und die Tatsache, dass wir in sechs Tagen gegen wirklich alle arabischen Armeen gewonnen haben, war für Israel, also ich sehe, die Klagemaut zurück zu Jerusalem. Ich glaube, was unsere Zuschauer in Erinnerung bringen sollen, ist, viele vergessen, dass von 1948, seit der Gründung des Staates Israel, bis 67, gab es keine besetzten Gebiete, unter Anführungszeichen. Westbank oder Judäan Samaria war in jordanischen Händen. Jerusalem war geteilt, alle könnten nach Jerusalem, nur nicht die Juden. Das heißt, von 1948 bis 67, also wir hatten keine besetzten Gebiete, aber die Araber wollten, obwohl keine besetzten Gebiete da waren, in einen Krieg alles zurückhaben. Das vergisst man manchmal. Und noch ein Punkt, dass ich weiß, aber historisch ist es auch genau richtig. 1964 gründet man die PLO, drei Jahre bevor Israel ein Zentimeter besetztes Gebiet hat. Und was sagt die PLO? Dass sie alles haben, vor wir, also all diejenigen, die glauben, ja, Land für Frieden, und das wird die Lösung sein, vielleicht können wir darüber ein bisschen nachher sprechen, dass die Tatsachen zeigen etwas ganz anderes. Aber 67, Sechstagekrieg, hat Israel Selbstbewusstsein auch als Staat echt gestärkt. Man kann natürlich diskutieren, miteinander, ob wir ein bisschen zu selbstbewusst in dieser Zeit waren. Aber es war, ich kann mich daran erinnern, als Kind, es war wirklich etwas Besonderes. alle haben auf die Straßen wirklich gefühlt, ja, das ist ein Sieg, das Israel wirklich zeigt, David gegen Gollia. Sie waren zu der Zeit bei der israelischen Armee? Nein, also Anführungszeichen befreit oder erobert wurde ohne mich und ich war einer der ersten Besatzer, die durch Ramallah damals Lieder singend marschierten. Ich war in Deutschland ja groß geworden, in West-Berlin und kannte diese Lieder alle gar nicht, fand das auch gar nicht so lustig, denn ich sah die Bevölkerung erschreckt und hatte durchaus Verständnis dafür und Sie haben ja auch richtig gesagt, wir waren vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst und also da ich sozusagen als Neingeschmackter dazu kam, habe ich das damals schon sehr empfunden. Aber noch eine Sache, weil ich bin sicher, Frau Kolster, dass einige Zuschauer heftig protestieren werden gegen ihre einführende Bemerkung, dass die arabischen Staaten 1967 den Krieg begonnen haben. Sie haben völlig recht, aber ich will das mal ganz klar sagen, warum sie recht haben, denn die Kritik wird mit Sicherheit kommen, die ersten Schüsse im Bild gesprochen hat Israel abgegeben, aber das Ersticken um Israel herum, das begann nämlich vorher, das heißt, dieses erste Schießen war eine Reaktion auf eine tödliche Situation für den Staat Israel, denn was war geschehen, Syrien hatte praktisch die Möglichkeit, in Nordisrael die Quellflüsse die Quellflüsse des Jordan, deren Wasser zuzudrehen, wieder im Bild gesprochen zum einen und Ägypten unter Präsident Nasser hat die Zufahrt zum südisraelischen Hafen Eilat im Roten Meer gesperrt. Das heißt, es war eine Frage von Leben und Tod, dass Israel sich aus dieser Strangulierung befreien musste. Ich kenne die wissenschaftliche Diskussion auch dazu, Sie haben völlig recht, Frau Kolster, und wenn Sie hausintern oder von außen Kritik bekommen oder wir beide, dann müssen diese Fakten genannt werden. Entschuldigung, das war nicht richtig. War denn der Krieg und die Besatzung letztendlich ein Fehler aus heutiger Sicht? Es gab keine Alternative, entweder machst du Krieg, dann gewinnst du ihn oder verlierst ihn. Oder du machst einen Dauerkrieg, einen Stellungskrieg und das war eben nicht der Fall. Und die israelische Armee hat eben in Blitztempo diesen Krieg gewonnen und hatte dann diese Gebiete und man darf nicht vergessen am 16. Juni 1967, also fünf Tage nach dem siegreichen militärisch siegreichen Ende des Krieges, hat das israelische Kabinett die Rückgabe all der Gebiete angeboten für erstens Anerkennung, zweitens Frieden und am 1. August 1967 hat der arabische Gipfel von Khartoum gesagt, nein zur Anerkennung, nein zum Frieden, nein zu Verhandlungen und das war im Grunde genommen der Beginn der Situation, in der wir uns alle jetzt befinden. Im Folge dieser Aber vor 1967 gab es noch eine Kleinigkeit als ehemalige Botschafter an der UNO, kann ich das nicht vergessen. Es war also in der Halbinsel in Sinai UNO-Streigkräfte, die also zwischen Israel und Ägypten da waren. Gamal Abdel Nasser hat die Leute gesagt, ihr sollt raus, die Geschwindigkeit, indem sie raus geflohen sind, Hussein Bolt, der 100 Meter Läufer aus Jamaika, kann nicht so schnell rennen, also es ist bis heute im Guinness World Book of Records und natürlich weil sie raus waren, war nicht da und Israel hatte keine andere Wahl, einen Präventivschlag, sonst vielleicht werden wir miteinander hier nicht sprechen können. 1977 kam es dann zum Friedensschluss mit Ägypten, viele in Israel sprachen auch von einem kalten Frieden ein Stück weit, wie groß war denn die Hoffnung aus dieser latenten Bedrohungslage, in der man sich ja ständig in Israel befand, rauszukommen? War das damit verbunden? Ja, erstmals 1977, zum ersten Mal in Israel von 1948 bis 1977 immer die Arbeiterpartei an die Regierung, an die Macht. 1977 Menachem Begin, also jetzt Likud, rechts, alle haben gesagt, oi 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 was wird, wenn er jetzt als Premierminister sein wird? Überraschung, nach weniger als drei Jahren Frieden mit Ägypten und wir haben bis alles, also Land alles zurückgegeben, bis zum letzten Zentimeter. Jetzt ist eine zusätzliche Frage, also die Beziehung zwischen Israel und Ägypten zum Beispiel, auf allen Bereichen ist unheimlich problematisch. Das heißt, in der öffentlichen Bereich, in der Kultur, in den Medien, Rechtsanwaltkammer, Schulbücher, die Art und Weise, wie Israelis und Juden dargestellt sind, in Ägypten, obwohl keine territorialen Fragen da sind, ist unheimlich problematisch. Es ist gut, dass viele in Europa, was in Arabisch geschrieben wird, nicht wir wirklich verstehen oder sehen tagtäglich. Für uns ist dieser Frieden mit Ägypten strategisch unheimlich wichtig. Aber wir müssen uns alle ganz klar sagen und wissen, dass wenn wir kein People to People haben, das heißt Israelis, die Ägypten besuchen und die Ägypten, die nach Israel kommen und Israel besuchen, ohne diese People to People Sache mit Ägypten und Jordanien ist es sehr, sehr schwer, diese Beziehungen langfristig zu halten. Darum, wenn ich einen kleinen Seitensprung machen kann, wir haben jetzt eine Zeitenwende im Nahen Osten, die man hier in Deutschland nicht wirklich versteht, mit dem Abraham-Abkommen, das heißt mit den Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan und was ist wirklich, warum eine Zeitenwende? Weil sie zum ersten Mal uns besuchen und zum ersten Mal sehen sie, sie kommen mit einer Vorstellung von Israel und Juden, die denken, dass wir Horne haben und sie kehren zurück und dann, mein Gott, das ist nicht gerade, was mir uns erzählt worden ist und die Tatsache, dass das auf allen Bereichen stattfindet, das ist die richtige Antwort und wir müssen diese Abkommen erweitern und vertiefen und zusätzliche Staaten darzubringen. Aus meiner Sicht kann man es wirklich, diese, das ist, was aus meiner Sicht die Sache wirklich einen Unterschied macht. Warum das eine Zeitenwende ist, wir haben formellen Frieden mit Ägypten und Jordanien, aber was wir haben sollen, ist ein Frieden zwischen den Menschen und das kann nur, wenn wir miteinander sprechen und treffen. Wir schauen noch mal einen kleinen Blick zurück, damals nach dem Friedensschluss fiel Präsident Sadat einen Attentat zum Opfer, 15 Jahre später Itzhak Rabin. Der Friedensprozess oder die Frieden überhaupt im Nahen Osten scheint eine sehr schwere Aufgabe. Der Oslo-Prozess sollte dann zu einer Zwei-Staaten-Lösung letztendlich führen, um den Konflikt auch irgendwie mal langfristig zu befrieden. Das wurde auch vom Westen sehr befördert, diese Zwei-Staaten-Regel. Wie realistisch ist das? Nicht mehr realistisch, weil man ausgeht von der Deckungsgleichheit von Gebiet, also das soll das Gebiet darstellen und der Bevölkerung. Also das ist das Bild. Tatsächlich ist aber die demografische, das heißt die Bevölkerungsverteilung so, also keine Übereinstimmung. Denn es gibt im Kern Israel, also vor den Eroberungen des Sechstagekrieges 21% arabische Israelis, also Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft und es gibt, ob man es will oder nicht, da ungefähr knapp 700.000 jüdische Siedler im Westjordanland, ebenfalls 21% der Menschen, die dort leben. Die konkrete Frage, die an die Politik zu stellen wäre, wie könnt ihr ohne Tüttelchen ethnische Säuberung, die natürlich völlig auszuschließen wäre, diese Siedler oder die Araber, wenn denn also das Westjordanland ohne Juden sein solle, warum dann eben Israel mit Arabern, also kurzum, da kommt man in Teufelsküche, es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Das heißt, man müsste völlig neu denken, das ist bislang nicht geschehen, ich habe verschiedene Vorschläge gemacht, Föderalismus, aber das hier auszuführen, würde zu weit führen, nur die Zwei-Staaten-Lösung war bereits 1993 eine Totgeburt und sie ist es jetzt viel mehr. Anstatt sich also an diese Totgeburt zu klammern, die natürlich bedauerlich ist, müsste man in der Politik neue Wege finden, aber ich sehe keine und ich sehe vor allem Fantasielosigkeit, vielleicht Denkfaulheit, vielleicht auch mangelndes Wissen, würde mich nicht wundern, aber jedenfalls so wie bisher kann das nicht weitergehen, politisch. Sie wollten es noch ergänzen? Ja, also diejenigen in Europa und in Deutschland, Politiker, alle Parteien, also die sagen, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, schön, und da sagt man, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, es muss jüdisch-demokratisch sein und auf der palästinensischen Seite gar nichts, eine Minute, vielleicht jüdisch-demokratisch und ein demokratischer palästinensischer Staat, warum? Es ist unheimlich wichtig, das zu sagen, warum? Weil der gute Mahmoud Abbas seit 18 Jahren also keine Wahlen hat, vielleicht ist es eine gute Idee, nach 18 Jahren, ich weiß, dass es ein Paradies für jede Politiker ist, auch manchmal auch Wahlen, und es ist unheimlich wichtig, weil das zu sagen, ohne, also irgendwie auch diese Herausforderung an der palästinensischen Seite, glaube ich, dass es sehr schwierig sein wird. Ich möchte noch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich war Staatssekretär, als wir in Israel einseitig aus dem Gaza-Streifen rausgezogen sind und all diejenigen die gesagt haben, Siedlungen sind der größten Hördl zum Frieden, wir haben 22 Siedlungen evakuiert, aber auch vier Siedlungen in Judäa und Samaria, um zu zeigen, dass es ein politischer Horizont gibt. Das heißt, wir haben einseitig das gemacht, weil wir gesagt haben, ja, wir haben keinen Ansprechpartner, versuchen wir diese Gleichung zu ändern. Und wenn wir rauskommen aus Gaza und die haben die Möglichkeit, einen Staat zu gründen, sie könnten es direkt wie zu Singapur machen. Und diese einseitigen Schritte, wir haben uns eine hervorragende Narrative erzählt, wie stark wir sind, innerlich und außerlich, das zu tun, das unheimlich schwierig war. Das war sehr nett. Aber Hamas und die anderen hatten ein völlig anderes Narrative. Die Israelis und die Juden fliehen, es tut mir leid, mit dem Schwanz zwischen den Beinen. Warum? Wegen Terror und Gewalt. Was sollen wir weiter tun? Terror und Gewalt. Ich möchte, dass die Zuschauer, ohne jetzt diese Kleinigkeiten, mal darüber nachdenken, wir sind aus Gaza-Reis raus, niemals nach Gaza wieder zurück. Was für Interesse haben wir in Gaza? Die Gleichung muss ziemlich klar sein. Wenn es Ruhe in Israel gibt, wird es auch Ruhe in Gaza. Aber wir sehen es, als wir jetzt sprechen, da gibt es einen Terrorstaat und schießen heute über 500 Raketen auf die Zivilbevölkerung in Israel und so kann es nicht weitergehen. Und das muss auch klar gesagt werden, auch in Europa, in Deutschland, damit wir wirklich vorwärts kommen können. Wenn man, Herr Wolfssohn, die Bedrohung, die wir gerade gehört haben, sich anschaut von außen, lassen Sie uns dann auch nochmal ein Stück weit ins Innere nach Israel schauen. Die Gesellschaft in Israel, wir haben es ja vorher schon gesagt, ist so divers und so unterschiedlich zusammengesetzt, wie man es sich in anderen Ländern überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und die Integrationsleistung ist entsprechend schwierig und langwierig und auch ein fortwährender, immer dauernder Prozess. Lassen sich Säkularismus und jüdische Identität denn weiterhin verbinden? Denn wenn man in die Gesellschaft schaut, hat man das Gefühl, dass die Spannungen eher zunehmen. Das ist leider richtig, aber wir haben es eben einerseits mit dem in modernen Gesellschaften typischen Prozess der Säkularisierung zu tun, also der Entfernung von der Religion. Tel Aviv ist in der Wahrnehmung der religiösen, vor allem der Orthodoxen sozusagen Sündenbabel und umgekehrt fühlt sich die Zitat Republik Tel Aviv von den Orthodoxen, ich zitiere wieder, vergewaltigt. Beide haben in gewisser Weise Recht, aber noch einmal, jüdische Tradition ist immer eine Tradition der inneren Konfrontation und seltsamerweise hat diese innere Konfrontation nicht verhindert, dass die jüdische Gemeinschaft nach 3000 Jahren immer noch lebt, viele andere Völker nicht mehr vorhanden sind und diese jüdische Gemeinschaft auch trotz der Vernichtung und Verfolgung von außen lebt. Also insofern Historiker sollten vorsichtig sein in Bezug auf Prognosen für die Zukunft, aber ja, dieser Konflikt ist immens in Israel, aber ich kann nicht vorhersagen, wie er gelöst wird, aber er wird gelöst, denn es gibt gar keine Alternative dazu. Ich will ein historisches Beispiel nennen, das meine Vermutung eher belegt. Der orthodoxe Zionismus, Herr Botschafter hat das vorhin kurz angedeutet, am Anfang unseres Gespräches, die Orthodoxie war ganz stark gegen den Zionismus, weil, ich zitiere wieder, Zionismus Gotteslästerung wäre, weil der liebe Gott und niemand anderes dafür sorgen müsse, dass die Juden ihren eigenen Staat wieder nach 2000 Jahren bekommen. Aber was der Holocaust kam, überkam und ein Großteil der orthodoxen Bevölkerung in Polen und in Russland, Sowjetunion damals, noch bedrohter war, weil zahlreicher, gab es eine allmähliche Pragmatisierung. Diese Pragmatisierung gab es auch nach der Staatsgründung. Da wurden also die orthodoxen Teil der Koalition. Und das wird sich weiterentwickeln. Wir stellen auch fest, dass in der orthodoxen Gesellschaft Internet und Vergleichbares allmählich akzeptiert wird. Auch die Frauen sind nicht mehr bereit, sich praktisch alles sagen zu lassen. Ein langsamer Prozess, aber er ist erkennbar. Und das muss man hier auch sehen. Wenn Sie auch wiederum jetzt erkennen, viele sagen zu Recht, die orthodoxen haben ein viel zu starkes Gewicht in der gegenwärtigen Koalition. In Klammern sage ich auch. Aber als Historiker muss ich sagen, bitte, da müssen wir beachten, dass jetzt diese orthodoxen aktiver Teil des israelisch-jüdischen Establishments sind. Das ist ein historischer Fortschritt. Also was gilt? Die Dialektik macht es. Herr Botschafter, wir müssen auch auf das jetzige Israel schauen. Und wenn wir vor allem von Deutschland aus jetzt auf Israel schauen, sehen wir, dass wöchentlich viele Demonstrationen stattfinden in Israel. Es gibt einen großen Konflikt um die demokratische Verfasstheit des Staates, vor allen Dingen um die Justizpläne der Regierung. Inwiefern spaltet diese Reform das Land und wie beurteilen sie die Demonstrationen? Ich sehe die Fragen hier. Ich werde es so sagen. Sie hätten besorgt sein müssen, wenn keine Demonstrationen in Israel stattgefunden hätten. Das heißt, die Tatsache, dass wochentlich Demonstrationen auf die Straßen Israel zeigt, wie stark unsere demokratischen Strukturen sind. Das heißt, all diejenigen, die zu uns mit einem Zeigefinger andeuten, müssen sehen, also dieses schönes Bild, weil diejenigen, die auf die Straßen gehen, es ist nicht nur links oder rechts, das sind, die gehen mit den Fahnen des Staates Israel, weil der Staat Israel unheimlich wichtig für sie ist und es ist Teil dieser Diskussion. Und als wir jetzt sprechen, also im Präsidentenbüro wird diskutiert, wie man einen Kompromiss findet. Und die Fahnen erinnern mich an eine Sache, als ich Botschafter an der UNO war. Tagtäglich bin ich in diesem Gebäude hinein und ich habe Fahnen von 193 Ländern gesehen. 25 Fahnen mit einem Kreuz, 15 Fahnen mit einem Halbmond, aber nur eine Fahne mit einem David Stern und wir müssen alle in Israel tagtäglich daran arbeiten, dass diese Fahne stark, hoch und mit Stolz in der Mitte der Familie der Nationen noch weht. Und aus meiner Sicht, wenn ich diese Fahne mal sehe und die Stärke und die Motivation das unsere Jugendlichen da in Israel haben für den Staat Israel bin ich stolz. Als Botschafter und als Israelischer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden für dieses Gespräch. Wie man das zum Geburtstag wünscht, wünsche ich für die nächsten 75 Jahre Glück und alles Gute. Und wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war unser Forum Demokratie zum Thema 75 Jahre Israel. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag bei Phoenix. Danke.